Hallo liebe Freunde in YouTube, ich habe gerade hier mal wieder Lust was zu singen und habe mir ein Lied ausgesucht, das sie schon kennen von mir, einer meiner Lieblingslieder, Dona Non Vidi Mai. Es ist eine meiner Lieblingslieder, ich muss sagen, und die Leute sagen, diese Aria ist sehr schwierig, es ist meine Lieblingslieder, was kann ich machen, ich liebe es sehr viel, hier geht's, Dona Non Vidi Mai. Musik Wie diese Sprache, bravo Mado, mir wagen in der Spirit, ich schätze in Fibre, meine Cœur und Säure. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2019 Und ich kann es nicht mehr so sagen. Okay, es ist schwierig. Jetzt fühle ich es auch. Es ist sehr schön, ich denke. Es ist eine sehr, sehr schöne Aria. Danke fürs Zuhören. Tschüssi. Bye-bye.